Hallo, in diesem Video möchte ich auf popcorn.js aufmerksam machen. popcorn.js ist ein HTML5 Media JavaScript Framework von Mozilla. Jeder, der interaktive zeitbasierte Medien ins Web bringen möchte, kann dieses Framework namens popcorn.js einsetzen. Zum einen gibt es die Seite mozilla.popcorn.org für das Mozilla Popcorn Projekt. Und ebenso gibt es noch die Seite popcorn.js.org für das Framework, wo man sich auch Demos anschauen kann. Und eine Dokumentation steht ebenfalls zur Verfügung. Okay, dann ein kleines Beispiel mal, wie funktioniert das Ganze. Ich habe schon mal eine HTML-Seite vorbereitet mit dem Video Tag mit der ID Video. und mit dem Video .ogv und mit einem Div-Container mit der ID Text. So wird dann das Video geladen und auch abgespielt. Und im Div-Container wird dann der Text angezeigt. Okay. In Zeile 2 wird das popcorn-Framework geladen. Per Script.src. Okay. Wenn das geladen wurde, dann stehen alle Funktionen zur Verfügung. In Zeile 4 wird sichergestellt, dass die Seite geladen wurde. Dann in Zeile 6 wird eine neue Popcorn-Instanz erstellt bezüglich der Video Tag-ID Video. Das Plugin-Footnote macht es möglich, dass Text zu einem Element auf der Webseite hinzugefügt wird. Das Plugin-Footnote kommt in Zeile 8 und in Zeile 14 zum Einsatz. Das bedeutet von Sekunde 0 bis 3 wird der Text Hello World im Ziel Text, also im Div-Container mit der ID Text angezeigt. Und von Sekunde 3 bis Sekunde 6 wird der Text popcorn.js auch wieder im Div-Container mit der ID Text angezeigt. Dann in Zeile 21 wird das Video abgespielt, ohne dass man vorher auf den Play-Button gedrückt hat. Und in Zeile 22 wird die Lautstärke auf 0 gesetzt. Okay, so weit, so gut. Dann kann es losgehen. Ich lade die Seite neu. Und dann wird hier unten der Text im Div-Container mit der ID Text angezeigt. Einmal Hello World und popcorn.js Ciao und viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank.